Tag zusammen! Weiter geht's mit der objektorientierten Programmierung. Wir gucken uns heute Klassen an und deren Elemente und leiten daraus zwei Eigenschaften der objektorientierten Programmierung her. Doch zuallererst, wie kommen wir dahin? Ganz kurz zur Erinnerung, im letzten Video sind wir von der Bedienung absolut undekorierten Speichers über Datenstrukturen mit zusätzlichen Funktionen und dann vielleicht über Container zu etwas gekommen, was so aussieht. Wir hätten ganz gerne, dass wir nicht nur die Daten wie den Datenstrukturen zusammenhalten können, also diesen grünen Teil. Wir würden auch gerne die Funktionen, die darauf arbeiten, dieser Teil, den würden wir da auch gerne mit ranbringen und dann so ein Konglomerat schaffen aus Zustand hier oben und Verhalten hier unten. Und genau das ist nachher eine Klasse. Falls Sie das alles schon wussten, ist gut, dass Sie den ersten Teil übersprungen haben. Falls Sie sich da jetzt nicht mehr ganz so sicher fühlen, gucken Sie sich vielleicht das erste Video aus diesem Teil nochmal an. Es ist ein klein wenig technisch, das als Warnung. Es ist vielleicht auch etwas mühsam, aber vielleicht können Sie es sich in kleinen Häppchen angucken und da gehen wir tatsächlich von völlig freiem Speicher bis hin zu Datenstrukturen und Containern und Funktionen, die darauf arbeiten, um dann ganz genau dieses Konstrukt zu bauen. Wenn wir das dann haben, stellt sich natürlich die Frage, was ist eine Klasse? Das hier werden wir etwas formaler. Definition einer Klasse. Eine Klasse beschreibt Zustand, das sind die Daten, und Verhalten, das sind die Methoden, der nach ihrem Muster zu erzeugenden Objekte. Von außen sehen Sie in der Regel nur das Verhalten. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo Sie selber an den Zustand rankommen. Eigentlich nach Lehrbuch sollte das gar nicht der Fall sein. In der Regel ist nämlich der Zustand unsichtbar. Dafür brauchen wir die. Dann haben Sie sicherlich schon den Begriff der Instanz gehört. Was ist das? Eine Instanz ist ein nach dem Muster der Klasse erzeugtes Objekt. Klingt sehr technisch. Mit einem Beispiel wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Der Bauplan eines Autos ist die Klasse und aus dem Bauplan kann ich nachher eine Instanz erstellen und das ist dann das fertige Auto, was ich zusammengebaut beim Autohändler abholen kann und fahren kann. Klasse, der Bauplan, Instanz, nachher das fertige Auto. Was steckt da drin? Eine Klasse hat natürlich Elemente und dann fangen wir mit den Daten an. Das sind die Attribute. Der Zustand eines Objekts spiegelt sich in den Attributen wieder. Die werden auch Member-Variablen genannt. Attribute entsprechen da den Feldern einer Datenstruktur und wie schon mal gesagt, die sind von außen in der Regel nicht sichtbar. Gehen wir auf das Beispiel von vorhin zurück. Was sind da die Attribute oder Member-Variablen? Wir hatten nur eine in dem grünen Teil stehen, nämlich genau diese hier. Das war der Vector. Das ist ein Container. Das gucken wir uns später an. Es reicht hier an der Stelle vielleicht zu sagen, es ist ein dynamisches Array über Studenten und hört auf den Namen Students Unterstrich. Den erkläre ich gleich noch mal ein bisschen. Das ist aber das Attribut von der Beispielklasse, die wir vorhin in der Grafik gesehen haben. Neben den Attributen gibt es ein bisschen Verhalten und da müssen wir mit dem Konstruktor anfangen. Ein Konstruktor einer Klasse ist nämlich dazu da, die Instanz nachher zu bauen oder dabei wird er benutzt. Wird eine Klasse instanziert, wird automatisch ihr Konstruktor aufgerufen und er versetzt die Instanz in einen korrekten Zustand, mit dem ich nachher arbeiten kann. Salopp gesagt, der tankt ihr Auto vielleicht voll, lädt die Batterie und sie brauchen nachher nur noch den Zündschlüssel reinzustecken und loszufahren. Der Konstruktor heißt dabei, wenn sie das in C++ programmieren wie die Klasse und hat keinen Rückgabetyp. Er kann die Attribute, also den Zustand initialisieren und weitere Arbeiten durchführen. Im Endeffekt ist das eine normale Funktion, die ein bisschen speziell benannt ist und keinen Rückgabetyp hat, aber die kann alles nachher machen. Und eine Klasse kann durchaus mehrere Konstruktoren haben, aber das werden wir später sehen. Für unser Beispiel heißt das mit der Students List, das ist der Konstruktor, heißt wie die Klasse, hat keinen Rückgabetyp, kann aber durchaus Parameter aufnehmen. Was war das in unserem Beispiel? Das hier ist die Anzahl der möglichen Studierenden, die ich in diese Students List einschreiben möchte. Und dann hat er hinterher noch ein paar Arbeiten zu tun. Hier genau eine. Er muss Platz reservieren im Container für die Studenten. Wie viel Platz muss er reservieren? Die Menge an Platz, die ich am Anfang im Parameter angegeben habe. In dem Beispiel im letzten Video haben Sie gesehen, dass ich Daten erzeuge, initialisiere oder tatsächlich auch konstruiere. Im ganz letzten Schritt hieß es tatsächlich schon Construct Students List. Das war vorweggenommen im Endeffekt schon der Konstruktor. Nur noch nicht Teil einer Klasse, sondern als separate Funktion neben einer Datenstruktur. Was hatten wir noch? In dem Beispiel einer Funktion, die die Daten nachher wieder platt macht. Den Destruktor. Der stand auch neben der Datenstruktur. Jetzt, da wir bei Klassen sind, liegt er als spezielle Funktion in der Klasse vor. Wird eine Instanz einer Klasse zerstört, wird nämlich automatisch ihr Destruktor aufgerufen. Er räumt auf und gibt die vom Objekt belegten Ressourcen wieder frei. Wenn Sie sich das Beispiel vorher angucken, in dem Container, in dieser Students List, liegen nachher Studierende drin. Und wenn ich die Students List abbaue oder die Instanz der Students List abbaue, dann sollte ich den Container freiräumen, damit ich auch wieder den Speicher zur Verfügung habe. Der Destruktor heißt auch wie die Klasse. Damit ich den unterscheiden kann, hat er ganz am Anfang aber eine kleine Tilde, diese Schlangenlinie. Ist vielleicht, wenn Sie die noch nicht mal benutzt haben, auf der Tastatur ein bisschen suchen nötig. Aber wenn Sie ein paar Destruktoren in C++ geschrieben haben, dann finden Sie auch die Tilde. Die steht ganz vorne vor dem Klassennamen beim Destruktor. Auch der Destruktor hat keinen Rückgabetyp. Er kann Aufräumarbeiten durchführen. Klar, dafür ist er ja da. Er soll die Instanz nachher sauber abbauen. Den gibt es aber nur genau einmal. Jede Klasse kann nur einen Destruktor haben. Und für das Beispiel mit der Students List sieht der so aus. Er fängt mit der Tilde an, heißt dann ganz genau so wie die Klasse, hat keine Parameter, genauer eine leere Parameterliste. Und was macht dieser Destruktor für die Students List? Er guckt in den Container Students rein und löscht den Inhalt. Clear ist eine Funktion, die der Vektor, das dynamische Array, zur Verfügung stellt, um den kompletten Inhalt leer zu holen. Was haben wir noch? Eine Klasse kann Methoden haben. In den Methoden, auch Member-Funktionen, im Gegensatz zu den Member-Variablen, ist das Verhalten der Klasse definiert. Die verändern den Zustand oder verhalten sich entsprechend dem aktuellen Zustand der jeweiligen Instanz. Wie sieht das aus? Methoden werden wie normale Funktionen geschrieben. Normal deshalb in Anführungszeichen, weil eigentlich gibt es keine unnormalen Funktionen, aber eher als Erinnerung, wenn Sie schon mal eine Funktion geschrieben haben, und das haben Sie ja alle, Member-Funktionen werden genauso geschrieben. Da ist eigentlich nichts anderes dran. Hier ist ein Beispiel aus der Students List. Ich habe zum einen die Methode Enroll und zum anderen die Methode NumStudents. Wenn Sie sich den Code angucken, sollte der Ihnen schon bekannt vorkommen. Die Methode Enroll schiebt ans Ende der Studierenden den übergebenen Studenten, die übergebene Studentin, und die NumStudents Methode guckt einfach nach, wie groß ist das aktuelle dynamische Array, wie viele Studierende sind gerade eingeschrieben, und gibt das zurück. Dieses Const hier garantiert, dass diese Methode die aktuelle Instanz nicht verändert. Bei dieser Funktion ist das durchaus sinnvoll. Die Angabe, wie viele Studierende eingeschrieben sind, sollte keine Seiteneffekte haben. Die sollte nicht auf einmal mehr Studierende einschreiben oder die alle umbenennen. Deshalb ändert sich tatsächlich hier an der Liste der Studierenden nichts. Ich garantiere das mit diesem Const hinter der Funktionsdeklaration oder am Ende der Funktionsdeklaration. Das taucht dann allerdings auch wieder bei der Definition der Funktion an der gleichen Stelle auf. Werfen Sie bitte nochmal einen Blick auf diesen Code. Da steht überhaupt gar nicht, auf welche Instanz sich der bezieht, oder? Das ist implizit. Der Code, der hier steht, bezieht sich eigentlich immer auf die aktuelle Instanz. Students ist das Feld Students des aktuell bearbeiteten Datensatzes, der aktuell bearbeiteten Students List. Genauso hier ist dieses Feld Students das Feld Students der aktuell bearbeiteten Instanz. Wenn Sie es etwas deutlicher haben wollen, oder falls das mal widersprüchlich sein sollte, können Sie den This Pointer explizit davor schreiben. Der zeigt immer automatisch auf die eigene Instanz und es schadet an vielen Fällen nicht, wenn Sie ihn dazu schreiben. Es hilft vielleicht, den Code etwas lesbarer zu machen. Klassen können Zugriffsschutz bieten, zumindest in C++. Das sieht von der Struktur so aus, wie hier. Sie haben eine Klasse, deklariert mit Ihrem Klassennamen. Und darin gibt es einen Block, Member-Variablen und Funktionen, Klammer auf, hoffentlich keine Member-Variablen, Klammer zu. Das machen wir aber gleich. Dieser Block hier vorne ist als Public gekennzeichnet und dieses Public leitet den öffentlichen Teil der Klasse ein. Weiterhin, zumindest jetzt für den Anfang, gibt es einen Block, der ist mit Private eingeleitet. Das ist der nicht öffentliche Teil der Klasse. Und dieser ganz kleine Unterstrich am Ende des Felds Students, am Ende der Member-Variable Students, der dient einfach nur zur Kennzeichnung, dass es sich um eine private Member-Variable handelt. Die wird nämlich nachher hier unten stehen. Hier ist aber nur eine Konvention, die sich aus dem Style Guide ergibt. Das ist nichts, was automatisch die Member-Variable in den privaten Teil verschiebt. Wenn Sie die da haben wollen, müssen Sie die durchaus schon hier reinschreiben. Und dieses Public und Private kann durchaus für Member-Variablen, für Member-Funktionen, für Konstruktoren, später auch für Operatoren verwendet werden, um die passend einzusortieren, um zu sagen, die und die Funktion ist von außen zugreifbar, die und die Funktion ist nur von innerhalb der Klasse zugreifbar. Dabei ist zu beachten, es kann mehrere Public und Private Blöcke geben. Also es muss nicht nur einen Public-Block geben, es muss auch nicht nur einen Private-Block geben, wenn es sinnvoll ist und sich dadurch eine bessere Klassenstruktur ergibt, die Sie hinschreiben. Also nicht Klassenstruktur im Sinne von mehrere Klassen interagieren miteinander, sondern Struktur des Codes in der eigenen Klasse. Kann es durchaus sinnvoll sein, mehrere Public und mehrere Private-Block vorzugeben. Es muss aber nicht unbedingt einen Public-Block und einen Private-Block geben. Sie können den auch weglassen. Falls Sie nichts angeben, also weder Public noch Private, dann ist alles, was nach dem Klassennamen folgt, in den geschweiften Klammern, automatisch Private. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ansonsten wird Sie der Compiler irgendwann anmeckern, dass Sie mit Ihren Methoden gar nichts machen können, dass Sie die Klasse gar nicht konstruieren können, etc. Weil das alles Privat ist. Sie müssen es ausdrücklich mit Public einleiten, das, was Sie dann nachher auch öffentlich haben wollen. Eine kleine Empfehlung für die Reihenfolge, die Ihnen hilft, eigentlich immer gleich strukturiert Code zu schreiben. Sie sollten erst mit einem Public-Block anfangen, dann mit einem Private-Block. Was ist der Hintergrund? Wenn Sie sich die Klassendeklarationen angucken, dann lesen Sie im Endeffekt von oben nach unten, was Sie mit dieser Klasse tun können. Wahrscheinlich aus Sicht des Nutzers dieser Klasse. Und ein Nutzer der Klasse bedient die eigentlich von außen, die Instanzen. Also ist es sinnvoll, wenn erst die Public-Teile kommen. Das, was von außen bedient werden kann. Wenn Sie nachher eher der Entwickler dieser Klasse sind, dann interessiert Sie sicherlich auch der Private-Teil der Klasse. Aber dann ist es auch sicherlich sinnvoll, die ganze Klasse einmal von oben nach unten gelesen zu haben, wenn Sie da einsteigen wollen. Die nicht benötigten Teile. Also einen nicht benötigten Public-Block oder einen nicht benötigten Private-Block, weil die leer sind. Lassen Sie einfach komplett weg. Dann schreiben Sie nicht Public hin, lassen danach einfach alles frei. Und dann kommt das Private. In dem Fall ist die Empfehlung durchaus, das Public wegzulassen. Oder andersrum, wenn Sie keinen Private-Teil haben, lassen Sie den einfach weg. In den einzelnen Blöcken gibt es auch eine empfohlene Reihenfolge. Da sollten Sie mit Konstruktoren anfangen, dann mit den Zuweisungsoperatoren, dann kommt der Destruktor, dann die übrigen Methoden und erst dann die Attribute. Wo ist das wieder her? Klar, Google Style Guide. Hier nochmal die ganz wichtige Erinnerung. Attribute sind nicht öffentlich. Klammer auf. In der Regel, Klammer zu. Es gibt durchaus einige Ausnahmen, da ist es vielleicht sinnvoll, die Attribute öffentlich zu machen. Aber eigentlich haben wir den Zugriffsschutz, damit wir ihn auch nutzen und die Attribute privat stellen können. Zweiter Punkt. Eigentlich haben wir auch das Konzept einer Klasse, damit wir Verhalten und Zustand trennen können und die Änderung des Zustands auf einmal Teil des Verhaltens wird. Warum wollen wir das machen? Damit die Zustandsänderungen immer kontrolliert erfolgen. Auch da nochmal der Hinweis oder der Verweis auf das Video Teil 1. Da kann man so ein bisschen sehen, was nämlich schief geht, wenn wir Datenspeicher nicht über die Methoden, also über ein gemeinsames Interface bedienen. Aber wenn Sie wollen, werfen Sie da nochmal einen Blick rein. Vermutlich ist Ihnen das alles schon klar, warum das nötig ist. Gehen wir zurück zum Beispiel. Das ist unsere Students List mit dem Public hier und dem Private Teil hier unten. Den füllen wir jetzt mit Inhalt. Zuerst kommen Konstruktor und Destruktor. Operatoren haben wir noch nicht, da kommen wir später hin. Die Zuweisungsoperatoren. Den Konstruktor haben Sie gerade schon gesehen in den einzelnen Folien. Den Destruktor haben Sie auch in den einzelnen Folien schon gesehen. Nochmal ein kurzer Blick auf den Code. Eigentlich sollte das relativ klar sein, was da passiert. Dann kommen die Methoden. Das war die Methode zum Einschreiben von Studierenden. Auch relativ klar, was der Code macht. Die Methode, die mir mitteilt, wie viele Studierende eingeschrieben sind. Also so ein bisschen was über den Zustand verrät. Und als drittes die Methode, die ich brauche, um mir nachher einen einzelnen Studierenden auszugeben, um damit beispielsweise eine Prüfungsliste zu erstellen. Was folgt in dem Private Block? Da folgt das einzige Attribut oder die einzige Member Variable dieser Beispielklasse, nämlich der Container für Studenten mit dem Namen Students. Und hier auch nochmal die Erinnerung. Der kleine Unterstrich ist einfach nur eine Konvention, um mir zu sagen, mir als Programmierer zu sagen, erinnere dich bitte daran, dass das Ding in dem Private Block steht. Es also von außen gar nicht zugreifbar ist. Was haben wir damit erreicht? Wir erfüllen damit zwei Eigenschaften der objektorientierten Programmierung. Durch diese Strukturierung in Klassen. Durch dieses Zusammenbringen von Zustand und Verhalten. Wir haben nämlich eine Kapselung erreicht. Daten und Methoden, die darauf ausgeführt werden, also Zustand und davon abhängiges Verhalten, gehören zusammen und sind in Objekten gekapselt. Zugriff auf die Daten erfolgt ausschließlich über die Methoden und auf keinem anderen Weg. Ich habe also keinen Seiteneingang, mit dem ich meine Daten verändern kann, habe sie also tatsächlich so eingepackt, dass ich eine Schnittstelle habe, über die ich die bedienen kann. Und ich abstrahiere von den Interna. Klassen abstrahieren nämlich von den Zuständen und Verhaltensweisen ähnlicher Objekte. Gleichzeitig abstrahieren sie von den von außen gesehen irrelevanten Vorgängen im Inneren. Sie stellen quasi eine High-Level-Schnittstelle zum Low-Level-Inhalt zur Verfügung. Und diese High-Level-Schnittstelle ist die, worüber ich nachher die Instanzen tatsächlich bediene. Und mir ist es völlig egal, was innen drin passiert. Mir ist es völlig egal von außen, wenn ich eine Studentin, einen Studenten einschreiben möchte, wie das vonstatten geht. Es ist mir wurscht, ob der auf ein Blatt Papier geschrieben wird oder ob dafür eine Steintafel gemeißelt wird. Ich möchte einen Studierenden einschreiben. Und das ist das, was ich nachher meinem Objekt mitteile. Fragen wir am Ende nochmal einen der großen, was objektorientierte Programmierung eigentlich ist. Einen der großen deshalb, Bjarne Straustrup, und das ist der Erfinder der Sprache C++. Er sagt in seinem Artikel What is object-oriented programming? Das folgende. Ich nehme das ein ganz kleines bisschen auseinander. The problem is that there is no distinction between the general properties of any shape. A shape has a color, it can be drawn, etc. And the properties of a specific shape. A circle is a shape that has a radius, is drawn by a circle drawing function, etc. Da nimmt ein Konzept vorweg, was wir später im Laufe dieses Kurses noch sehen werden. Da geht es dann ein Stück weit um Vererbung. Man kann das aber auch schon so ein bisschen umdeuten, mit zugegeben viel Fantasie auf das, was wir heute gemacht haben. Dann geht es weiter. Expressing this distinction and taking advantage of it defines object-oriented programming. Wenn man das nutzt, diese Konzepte, die dahinter stecken, dann programmiert man objektorientiert. Das ist einfach die Art und Weise, wie man Code schreibt. Da hat er noch nichts über eine Sprache ausgesagt. Es geht nur über die Denkweise und die Art und Weise, wie ich mein Programm aufbaue. Und jetzt kommt es. A language with constructs that allows this distinction to be expressed and used supports object-oriented programming. Other languages don't. Was heißt das? Der Erfinder von C++ wird offensichtlich eine objektorientierte Sprache entwickelt haben. Hat er C++. Was genau diese Konzepte sprachlich schon unterstützt. Wenn man genau hinguckt, schließt das nicht aus, dass man in anderen Sprachen die nicht objektorientiert sind, durchaus objektorientiert programmieren kann. Zumindest mit dem objektorientierten Gedanken. Die Sprache hilft einem nur leider an der Stelle nicht dabei. Und das werden Sie auch schon in C-Code sehen, den Sie ja mittlerweile hoffentlich fließend lesen können. dass da durchaus in Projekten objektorientierte Konzepte und objektorientierte Konzepte drinstecken, die Sie vielleicht am Ende dieses Semesters dann durchaus wiedererkennen. C ist keine objektorientierte Sprache. Das sind die letzten zwei Sätze in diesem Zitat. Man kann damit aber durchaus, wenn man so ein bisschen die objektorientierte Denkweise an den Tag legt, quasi objektorientiert programmieren. Es werden dann immer noch Knüppel zwischen die Beine geworfen. Man kommt nicht ganz so schön dahin wie bei C++, aber es geht durchaus. Worum haben wir uns heute gekümmert? Wir haben über Klassen und Instanzen gesprochen. Ich habe Ihnen ein paar Elemente einer Klasse gezeigt. Ich habe Ihnen den Konstruktor gezeigt, den Destruktor, Methoden und Attribute. Wir haben uns ganz kurz über Zugriffsschutz unterhalten. Das wird klarer, wenn Sie das tatsächlich ein paar Mal programmieren. Und wir haben die Eigenschaften Kapselung und Abstraktion besprochen.